Wir müssen morgen Holz machen. Ich kann die nächsten Tage nicht im Ball. Wieso? Mir geht's nicht gut. Was willst du denn mir sagen, dir geht's nicht gut? Hast du dich erkältet? Nein, mir geht's einfach nicht gut. Allein schaffe ich das nicht. Ich bin ja nicht die Einzige, die den Traktor fahren kann. Aber Anne fährt morgen wieder. Bleib doch einfach noch ein bisschen länger. Anne? Was ist denn jetzt wieder los? Weißt du, was sie hat? Ich fand's eigentlich cool. Und ich hoffe, mein Vater auch. Also, natürlich musste er manchmal sich gegen seine Frauen durchsetzen. Vier an der Zahl. Aber er hat das schon mal ganz gut geschafft. Ja. Vielleicht war er deswegen so... Powervoll. Ha 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 ha. I need ya, possibly. But I need... ... ... ... ... ... ... Die ... ... Bis zum nächsten Mal.